Guten Abend, Francesca und ich haben heute Nachmittag erfahren, dass unser Film Demilia Fukushima hat den Preis gewonnen und wir freuen uns sehr über diesen Preis. Leider können wir nicht anwesend sein, so wir bedanken uns auf diesem Weg bei der Jury, beim Festival und alle zu schauen. Und jetzt habe ich auf Englisch gewechselt, weil es ein bisschen zu kompliziert ist. Dieses Jahr der Feste war, wie und wo wir leben wollen, in den nächsten Jahren. Ich denke, wenige Leute wollen in Fukushima leben, aber unser Protagonist, Naoto, macht es. Und was ist wichtig ist, vielleicht nicht wo er lebt, sondern wie er lebt, aber wie er lebt. In fact, er lebt über die Lande, die ihn überlebt, über alle Menschen, die Leben leben, including die Tiere und Tiere. So, ich möchte heute eine Chance geben, um den Preis zu seiner Resistenz und zu der Hoffnung er uns für die Zukunft geben. So, thank you and tschüss! Vielen Dank.